Tom's Talk Time Folge 483 Du kannst alles lernen, Brian Tracy. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich heute aus dem sonnigen, mittlerweile echt glühend heißen Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich in die Domstadt nach Köln. In der guten alten Heimat, bei mir im Interview ist heute Maxim Mankiewicz. Maxim, schön, dass du heute dabei bist. Hallo lieber Tom, vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott, Servus an alle da draußen. Sehr gerne. Maxim, der Erfolgsmaster, das ist so dein Programm. Und was liegt näher, als den Erfolgsmaster im Erfolgspodcast zu Gast zu haben und ein mega geiles Interview zu führen? Deine Sache ist, du hast die, ich sag mal, sehr viele geniale Persönlichkeiten studiert, wie Da Vinci, Einstein und hast dir praktisch die Lehren von den Leuten dir zu eigen gemacht, dir die ganze Quintessenz rausgeholt. Bist selber super erfolgreich. Du hast die Weiterbildungsszene mit dem Portal Gedankentanken aufgebaut, die sicherlich auch sehr viele Leute kennen. Du warst dort super erfolgreich. Du hast in echt jungen Jahren schon wirklich Seminare geleitet, ganze Seminar, Serien gefüllt. Du bist hochschuldezent, Vortragsredner, natürlich zum Thema Erfolg und inspirierst aktuell knapp vier Millionen Menschen jeden Monat über Social Media. Natürlich auch zum Thema Erfolg. Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Auf den Punkt. Ich danke dir. Stimmt genau, ja. Okay, dann wäre mein schwierigster Part auf jeden Fall schon mal durch. Hier habe ich gut gemeistert. Danke für das Feedback. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich nur ein kleiner Überblick über dich. Erzähl mal kurz ein bisschen was über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kurz was Privates. Wer ist der Maxi privat? Und anschließend was über dein Business. Okay, cool. Ich würde sagen, die Maske, je mehr du deinen Weg gehen darfst, je mehr du wirklich wortwörtlich deinen Seelenaufgabe folgst, desto mehr verschwindet irgendwann die Maske und dann verschmilzt es. Und das hatten wir beide schon im Vorgespräch gehabt. Und ich habe sofort gedacht, so wow, krass, total cooler Typ, der Tom. Also du lebst dein Ding. Du lebst das aus, was dich innen auszeichnet. Und das bringst du nach außen. Und ich glaube, wenn wir uns große, außergewöhnliche Menschen als Beispiel fragen, dann waren die durch die Bank, innen wie außen. Und das Verrückte ist, diejenigen, die vielleicht mal beim Tony Robbins waren oder beim Event, fällt mir jetzt spontan ein, der Kerl, der läuft dort, die Haare sind nicht mal richtig gemacht, hatte ich das Gefühl. Die Schuhe waren durchschnittlich. Die Hose hatte ich das Gefühl. Die war schon drei Jahre alt. Und das T-Shirt war irgendwie so ein bisschen haarschuppenlang drauf. Also irgendwie ist es einfach so scheißegal, weil du dich nicht mehr übers Außen definierst. Und ich bin nach sehr vielen Höhen und Tiefen mittlerweile zu diesem Punkt gekommen im Leben, dass es zwei Dinge gibt, um glücklich zu sein. Und das eine ist, du brauchst diese Umsetzungsenergie, dieses Machen tun. Weil wenn Menschen nicht das tun, was sie wirklich von innen heraus auszeichnet, dann werden sie mit der Zeit frustrierter. Je mehr du weißt, was zu tun ist und je weniger du das tust, umso unglücklicher werden die meisten. Und das zweite ist, das ist das, was du so schön gesagt hast, ich komme jetzt in deiner Mitte an und lass mich nicht mehr hetzen. Also das eine brauchst du zum Überleben und das andere nährt dich seelisch. Und genau diesen Spagat zwischen einem Tony Robbins und einem Eckhart Tolle versuche ich in Form von meinen Seminaren darzulegen und selbstbewusst seit mittlerweile jetzt fünf, sechs, sieben Jahren noch bewusster zu leben. Und das ist ein wunderschönes Wachsen, selbst dein Leben gestalten zu können. Und weil ich selbstständig bin, mein eigenes Team aufgebaut habe, Unternehmen, ist es umso attraktiver, dann auch in jungen Jahren das zu tun, wovon viele, meine Mutter sagt immer noch, Junge, du kannst du erst mit 50, 60 so viel reisen und Dinge unternehmen. Da sage ich, nein Mama, du weißt nicht, ob du 50, 60 wirst. Also ich darf Menschen in die Freiheit begleiten sozusagen. Und der Volksmaster, was du gerade angesprochen hast, das ist ein Event, ein Seminar von mir, was diesen Titel trägt. Und da geht es auch ganz bewusst um das ganze Leben. Also Thema Gesundheit, Thema Beruf, Thema Beziehungen und Thema persönliches Glück, wie ich das nenne. Also innere Einstellung von innen heraus zu strahlen, wie ein buddhistischer Mönch in Tibet irgendwo. Das ist schön gesagt, ja. Das ja sollte das Ziel sein. Und gerade das Thema, was deine Mama gesagt hat, Junge, das kannst du erst mit 50, 60 machen. Das ist wirklich genau dieser Punkt. Wir wissen es nicht, wie alt wir werden. Wir kriegen alle am Anfang ein kleines Säckchen mit unserer Zeit, aber keiner von uns weiß, wie viel Zeit da wirklich drin ist. Bei dem einen sind es vielleicht 100 Jahre oder noch mehr. Bei dem anderen sind es vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Jahre. Das weiß halt leider oder besser vielleicht sogar zum Glück keiner von uns so wirklich. Von daher sollte man wirklich das Leben jetzt leben und nicht erst in 10 Jahren oder in 20 Jahren planen, weil das Morgen ist eben kein Versprechen. Du sagst es. Wenn wir auf die Erde kommen, gibt es nur dieses eine Versprechen, das Versprechen, dass wir eines Tages wieder gehen müssen. Und ich hatte neulich so einen Gedanken, bin ein bisschen gewandert und meistens kennst du es ja, die Inspiration kommt durch die Stille. Und dann dachte ich mir, wie wäre es, wenn wir alle von Anfang an wüssten, wie lange wir noch zu leben hätten. Wie viel präsenter und bewusster, also wahrscheinlich wären viele auch depressiv, klar. Ja, klar. Aber die wenigsten würden da irgendwie in Hartz IV TV gucken oder irgendwie sich eine Folge angucken von einem Film, den sie wahrscheinlich schon viermal gesehen haben und einfach nur, jetzt gucke ich den nochmal aus Langeweile. Wie viele würden da mit Energiewampiren, die loslassen die Menschen und wirklich, ja, aufs eigene Leben schauen und nicht irgendwelche fremdbestimmte Dinge tun. Du wolltest gerade was sagen. Ja, mir ist angefangen, ich hatte gerade nach dem Titel überlegt, ich hatte mal auf irgendeiner Messe, war ich mal, und habe mal ein Buch in die Hand genommen und auf der Jagd nach dem Tageslicht hieß es, glaube ich, oder sowas. Da ging es im Endeffekt genau darum, da hat ein Topmanager, super erfolgreich, hat die Diagnose, wie sagt man, also Hirntumor, ja, Krebs, ja, Hirntumor, Krebs bekommen. So von wegen, kann sein, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr schon vorbei ist. Und wie er dann gesagt hat, wie er damit gesegnet war, dass diese Diagnose ihm geholfen hat, das erfüllteste Leben, das erfüllteste Jahr seines ganzen Lebens hatte und hat das wirklich unheimlich toll geschrieben, wie er bis kurz vor seinem Tor wirklich so dankbar war, obwohl er diese schlimme Krankheit hatte, dass er es einfach geschafft hat, rauszuspringen und ab diesem Moment der Diagnose wirklich Zeit für sich, für seine Familie, für seine Träume, für das Leben zu haben und nicht mehr irgendeinem Statussymbol hinterherzurennen, damit man Geld anhäuft, damit man eben das schicke Auto, das dicke Haus hat. Aber du sagst es. Weil das zählt nicht. Du sagst es, wow, wow. Ich habe das Buch gerade oder den Titel direkt notiert, weil den kannte ich noch nicht. Wird sofort bestellt. Ja, ich kann ja nochmal raussuchen. Ich muss mal auf Amazon gucken, wie der genau heißt. Okay. Ich glaube auf der Jagd nach dem Tageslicht, aber ich schaue mir das nochmal an und dann schicke ich dir den Link auf jeden Fall nochmal rein beziehungsweise packen das hier auch in die Show Notes natürlich mit rein. Supergut. Und du bist, glaube ich, was ich bei dir gelesen habe, du bist sogar, glaube ich, viersprachig aufgewachsen, oder? Ist das richtig? Das ist korrekt. Wow. Wie kam es dazu? Weil ich meine, zweisprachig aufwachsen, das ist jetzt noch keine Kunst. Das waren viele, Mama und Papa, andere Nationalität, aber viersprachig ist heftig. Ja, stimmt. Und zum einen bin ich viel gereist, bedingt durch die Familie. Also angefangen, wie der Name schon verregt, Maxim Mankiewicz, das ist kein typisch deutscher Name, also im Sibirien geboren. Dann ging es dann nach, ich kann dann in ein paar Monaten dann in die heutige Ukraine, auf die Krim, die kennt man seit dem letzten Jahr. Dann ging es mit zwölf weiter nach Deutschland. Zwischendurch aus Landsoffenhalte. Spanien habe ich zweimal eingebaut, wunderschönes Andalusien in Madrid, zwei Jahre vorher gewesen. Dann Amerika lebt mein Papa jetzt. Also wenn du jetzt sagst, du bist in Las Vegas, da habe ich auch eine Erinnerung mit meinem Dad vor drei, vier Jahren dort runtergeflogen, in die verbotene Stadt. Und dadurch, durch das Reisen, durch die Kontakte mit unterschiedlichen Kulturen, lernst du unheimlich viel. Und ich glaube auch, das ist der schnellste Weg, um eine Sprache zu lernen. Weil die Kinder, die lernen ja auch nicht mit Grammatik und dem ganzen Mist, sondern dieses Emotionale, begeistern sich für die Dinge. Genau. Also durch das Reisen der Eltern beziehungsweise durch dieses, ja, frühe Interkulturelle kam es dazu. Cool, ja. Also sprachend finde ich auch, das ist das beste, oder eins, ja, ist das beste Kapital, was du heutzutage haben kannst in dieser Welt, was du aufbauen kannst. Weil Kommunikation, ich meine, das weißt du genauso gut wie ich, Kommunikation ist alles in der heutigen Welt, also nicht nur in der heutigen Welt, eigentlich schon immer gewesen. Brian Tracy sagt, das glaube ich 85% unseres Erfolgs hängt von der Fähigkeit ab, mit den Menschen zu kommunizieren. Das ist glaube ich ungekehne, ja. Ja, absolut. Maxim, cool. Danke erstmal für den Einblick. Stell dir mal vor, du bist auf einer Speed Network Parting und du hättest 10 Sekunden Zeit, dein Business, den Teilnehmern vorzustellen. Maxim, was sagst du? Okay. Ich würde sagen, es sind mittlerweile 7,49 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und ich habe mir als junger Mensch irgendwann mal die Frage gestellt, warum gibt es die, die anpacken, umsetzen und ganz, ganz viele andere, die nichts tun. Und mit dieser Frage bin ich dann in die Vergangenheit gegangen und habe mir in Da Vinci, in Michelangelo, in Tesla einen Thomas Edison angeschaut und habe versucht herauszufiltern, warum sind die die größten Genies aller Zeiten und ganz viele andere sind gestorben und haben nicht ihr Potenzial ausgelegt. Und mit dieser Frage marschiere ich durch die Welt und suche von den Experten der Neuzeit, wie einem Tom Kaul ist, was macht er, wieso macht er das und deswegen auch das lange Vorgespräch, vor dem Gespräch, weil es faszinierend ist, was du gerade tust. Der Mann ist einfach, sagt so, so Schatzilein, wir sind jetzt weg und wohnen mobil im Ausland und ist jetzt seit, wie lange bist du in den USA jetzt? Wir haben jetzt nächste Woche dreijähriges Reisejubiläum, ja. Faszinierend und ihr seid ja auch da schon sehr viel in den USA mitgemacht, Mexiko hat das da angerissen, ne? Genau, ja. Also wir sind in Florida gestartet und sind von Florida praktisch durch die Südhälfte der USA so zickzack durchgefahren, waren dann ein halbes Jahr in Mexiko, unten auf der Bacher Kalifornien, weil da im Winter ist das traumhaft, da kommen die ganzen verschiedenen Wale runter, also Grauwale, Blauwale. Du sitzt da am Strand und weiß nicht, so 100, 200, 300 Meter vom Strand entfernt, springt plötzlich so ein riesen Buckelwal, also so ein Omnibus großer Fisch, es hat auch gesagt, aus dem Wasser und du denkst, wow, fuck, wie geil ist das denn? Also du kennst das eigentlich nur aus einem Disney-Film oder sowas oder wir waren mit Walhaien, waren wir schwimmen, wo wirklich, Walhaie sind übrigens die größten Fische der Weltmeere, also die werden so, glaube ich, bis zu 12 oder 15 Meter lang oder so, also sind Fische keine Säugetiere, sondern wirklich Fische und wenn du neben so einem Walheil schwimmst und so einen Meter entfernt bist und der dann an dir vorbeischwimmt und der an dir vorbeischwimmt und nach ein paar Sekunden immer noch an dir vorbeischwimmt und irgendwann mal die Schwanzflosse ankommt und die dann auch nach an dir vorbeizieht, dann merkst du erstmal, wie scheiße groß das Ding ist und wie majestätisch das ist und wie klein und winzig du als Mensch eigentlich dagegen bist und trotzdem schaffen wir es, diese ganze Schöne zu zerstören, ist faszinierend, wie bescheuert wir eigentlich alle sind, aber gut, naja, ja, da gibt es dann Menschen wie dich und mich und noch viele andere natürlich, die die Message rausbringen und sagen, ey Leute, kaputt machen, ist der falsche Weg. Genau, ja, ja, das ist, da sind wir viel unterwegs und jetzt wie der USA und das Ganze recht luxuriös, eben jetzt mit einem großen Wohnbilo und nicht eben nur mit Rucksacks und wir haben halt so ein 12 Meter Schlachtschiff mit knapp 36 Quadratmeter Wohnfläche und 12 Tonnen Gewicht, also so, aus Deutschland kennst du diese Überlandreisebusse für 80 Personen, die auf der Autobahn fahren und so ein Ding haben wir. Wow, wow, also ich weiß nicht, manch Zuhörer fragt sich wahrscheinlich 36 Quadratmeter, die Frage habe ich genauso gestellt und dann hattest du erzählt, das Ding kann man ausklappen, rechts und links, wie so zwei Flüge. Genau, also das ist praktisch 12 Meter lang, das Wohnmobil und wir haben praktisch wie so Erker, die man rausfahren kann, so rechts und links, wir haben also insgesamt drei Erker, einen auf der Fahrerseite, einen ziemlich großen und zwei auf der Beifahrerseite wo man eben die Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer vergrößern kann und ja, also es ist nicht vergleichbar mit einem europäischen Wohnmobil, überhaupt nicht, also das, also es ist eher wie eine kleine Wohnung, also eine fahrende Wohnung. Faszinierend. Wow. Ja, genau, aber wir wollen ja nicht über mich reden, sondern wir wollen ja über dich reden, hast du jetzt geschickt umgedreht hier. Ich bin immer noch fasziniert, was du mir alles erzählt hattest vor dem Gespräch und denk mir so, das ist ein Lebensstil. Der Mann arbeitet, wo er möchte, er sieht Dinge, die er möchte, er hat, Menschen an der Seite, mit denen er gerne zusammen ist und Leben bewusst leben, nicht erst warten, bis irgendwie plötzlich irgendeiner in der Familie wegstirbt, oh scheiße, wir sind ja, wir begreifen es ja, intellektuell, wir werden alle sterben, aber diesen emotionalen Bewusstseinszustand zu erlangen, hey, die Uhr tickt, die rattert drauf und runter und du lebst es, Chapeau. Ja, 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 da hast du, wo du gesagt hast, auch mit Energievampiren und Idioten und umgeben und sowas oder sich nur mit Leuten umgeben, die man mag. Ich war letztes Jahr bei Brian Tracy zu Hause und hat mir besucht und haben auch über sowas gesprochen, über so Idioten und so und da hatte er so gesagt, Tom, wieso hast du noch Idioten? In meinem Leben gibt es keine Idioten, da habe ich gesagt, ey, das glaube ich nicht, jeder kennt doch irgendwelche Idioten oder Arschlöcher, um es mal Klartext zu sagen und da meinte er, naja, kennen und im Leben haben sind zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich kenne ich Leute, aber wer entscheidet denn, ob du Idioten in deinem Leben hast? Und da habe ich gedacht, wow, scheiße, Brian, ja, du hast recht, ich habe es kapiert, danke. Das war wieder so ein Nebensatz, den er halt fallen gelassen hat, wo ich mir denke, wow, ja, verdammt, der Mann, der hat echt recht, ich entscheide ja, ob ich diesen Idioten immer noch in meinem Leben, in meinem Handy als Kontakt gespeichert habe oder vielleicht irgendwann mal gelöscht habe und auch energetisch mich dann von ihm getrennt habe oder mit wem ich mich umgebe, wenn ich irgendwo merke, ich bin auf einer Party und ich unterhalte mich mit Leuten, mit denen ich nicht kann oder es fühlt sich nicht gut an, wer zwingt mich denn, mich mit denen weiter zu unterhalten? Die Etikette? Hey, sorry, scheiß drauf. Ich glaube, wenn jeder einen gesunden Egoismus hätte, dann würde man glücklicher leben. Du sagst das, wow, wow. Wie ist das denn jetzt bei dir? Wir haben ja am Anfang so ein paar Sachen schon gehört. Als Trainer trittst du auf, als Trainer, als Speaker trittst du auf, als Vortragsredner. Wie und womit verdienst du denn jetzt aktuell ganz konkret dein Geld? Ja, im Grunde genommen hast du es selbst genannt. Ich hatte zeitlang Business-Seminare gehalten, auch große Namen, große Firmen und was ich da jedes Mal festgestellt hatte, ist es sehr häufig gewünscht. Also, das Prinzip läuft folgendermaßen ab. Du wirst bestellt von einem Chef und der sagt, boah, der Typ ist super und da wirst du dahin gebracht, meistens wenn ein Seminar hältst und da sitzen erst mal 20 Nasen, die dann sagen, der soll sich mal meinen Respekt erst mal verdienen und da machst du dich dann einen Dreivierteltag zum Affen, damit die letzten Viertel dann, die sagen, boah, cool, ich habe ja wirklich was gelernt und die Menschen sind gezwungen, dahin zu gehen und ich dachte mir jedes Mal, das kann es doch nicht sein, du gibst wirklich dein bestes Know-how und so weiter und maximal gibt es irgendwie, ja, der Kuchen schmeckt aber auch gut und dann war die Lösung, öffentliche oder offene Seminare, wo Menschen bewusst selber hingehen, die an ihrem Leben was bewusst verändern möchten. Das ist die Munker natürlich vom Anfang an ganz andere und durch, irgendwann habe ich gebraucht, habe mir viele Seminare gehalten, also ich habe mal durchgezählt, das sind fast 40 Stück, die ich im Laufe des Lebens als Tages- oder zwei, Dreitagesveranstaltungen gegeben habe, zu verschiedensten Themen von Körpersprache bis Stressmanagement bis Gedächtnis und schneller lesen, in deine Mitte finden, also Verkauf, Business, ich habe so viele Themen in mir schon angeschaut, Charisma, Social Media und durch dieses Amelsorium von diesen Dingen habe ich mir gedacht, wie schaffst du es A, dich selber nicht zu langweilen, weil irgendwann wiederholst du dich nur noch und das ist auch nicht spannend und gleichzeitig den Menschen maximalen Nutzen zu liefern und dann kam ich auf Erfolgs-Master und dachte mir, hey, es gibt ja die vier Lebensbereiche, wie ein Stuhl vier Beine hat, dazu gibt es auch die vier Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf und Finanzen zählt zum Beruf dazu, Beziehungen oder deine Beziehungen mit Schatzilein plus die innere Einstellung, persönliches Glück, wie ich den Bereich nenne und wenn ein Mensch schafft, sich in diesen vier Lebensbereichen bewusst sein Leben auszurichten und daran arbeite ich jeden Tag sehr intensiv, dann glaube ich, ist ein außergewöhnliches Leben möglich und das ist das, was große Persönlichkeiten ausgezeichnet hat, dass sie ihr Leben bewusst gestaltet hatten nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht irgendwie, ja gut, wenn der Chef heute gut drauf ist und mir die Aufgabe gibt, dann werde ich vielleicht befördert, wenn nicht, gut, dann mache ich halt zweiter oder ihr Glück von äußeren Dingen abhängig machen und aus diesem Rad raus. Entschuldige. Ne, ne, erzähl. Ne, das war's, ich wollte es eigentlich nur überleiten zu dir. Okay. Wenn du jetzt diese ganzen Persönlichkeiten studiert hast, hier, wir haben schon vorher ein paar Namen genannt wie Da Vinci, Einstein und so weiter, was war denn der, oder die Besonderheit an den Menschen, warum waren diese Menschen so erfolgreich? Lag das einfach nur daran, weil sie wirklich intelligenter waren als andere oder was, was war deren Erfolgsrezept? Warum kennt man diese Namen heute noch beziehungsweise warum haben die es geschafft so bekannt zu werden? Eine sehr, sehr gute Frage. Auch die habe ich mir lange Zeit gestellt und ich habe recherchiert, gesucht, runtergelesen, Reportage, Dokus, Bücher, alles reingezogen. Ganz kurz noch zum Einwurf. Ich meine jetzt nicht die Erfindungen, wer jetzt natürlich in Einstein so eine Relativitätstheorie erfindet, dass das natürlich geil ist, klar. Ich meine jetzt, wie die sowas geschafft haben, auch dahin gekommen sind, dass man sich mit sowas überhaupt beschäftigt. Also von den Soft Skills her, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Richtig, genau. Das sind zwei Dinge, auf die ich jetzt runtergebrochen habe und Punkt Nummer eins ist Neugier. Also nicht nur einfach, hey, das ist ja mal ganz spannend, das gucke ich mir mal an und irgendwie, wahrscheinlich hast du die Statistik auch schon gehört, dass die meisten Bücher weltweit statistisch gesehen nur bis Seite 21 gelesen werden. Und ich glaube, von 100 Büchern schaffen es gerade mal 10 Bücher bis zum zweiten Kapitel und nur 5% aller Bücher, also 5 von 100 Büchern werden tatsächlich bis zum letzten Kapitel gelesen. Also im Grunde genommen, wenn man mit den Dingern tapezieren könnte, wären es wahrscheinlich sinnvollere Investitionen, weil die meisten stehen im Schrank rum, die meisten fassen es nicht an. Und das heißt nicht, dafür gibt es jetzt Kindl. Ja, genau. Und diese unbändige Neugierde, also vielleicht ein Beispiel am Da Vinci, das ist mein großes Vorbild, mentales Vorbild, obwohl der Mann vor 500 Jahren nicht mehr bei uns ist, ist so außergewöhnlich gewesen. Seine Neugierde kannte keine Grenzen. Sie brachte ihn unters Wasser, wo er die ersten Prototypen von einem Tauchanzug konstruierte und ein U-Boot erbaute bis zu in den Himmel hinein. Also damals gab es ja erste Flugzeug, glaube ich, 1912, die Gebrüder Wright und da hat der Mann aber 500 Jahre vorher schon sich überlegt, hey, mal angenommen, wir können irgendwann mal fliegen, wie komme ich wieder runter und hat einen ersten Fallschirm konstruiert, weil er in seinem Denken einfach der hat, verblüffend außergewöhnlich war. Und diese unbändige Neugierde, da gibt es eine spannende Anekdote dazu, der hatte diesen Fallschirm konstruiert und irgendwann im Jahr 2000 ist ein britischer Fallschirmspringer auf die Idee gekommen, das Ding auch mal tatsächlich auszuprobieren. Jetzt hatte das Ding eine Konstruktion, sah aus wie ein Zelt, also wirklich, da ist kein Loch nichts, sondern wirklich wie ein Zelt gebaut und am Rand des Zeltes sind vier Holzblöcke, die wiegen um die 80 Kilo und das heißt, das Ding geht nicht auf, sondern das muss mit einem Helikopter nach oben befördert werden und dann losgelassen werden und dieser Fallschirmspringer Adrian Nicholas, der sagt sich, na gut, warum nicht? Die ganzen Presse, die ganzen Menschen unserer Zeit haben den Typen ausgelacht, haben gesagt, das funktioniert nicht. Die Presse hat sogar geschrieben, im Jahr 1485 konstruiert das größte Genie aller Zeiten Da Vinci den ersten Prototyp eines Fallschirms und es dauerte 500 Jahre, einen Mann zu finden, dessen Hirn so klein ist, das Ding auch tatsächlich ausprobieren zu wollen, weil der Mann ja schon nicht ganz doof war, hat er sich sicherheitshalber einen zweiten Fallschirm umgeschnallt und wird dann auf eine Höhe von 3000 Metern befördert mit einem Helikopter und dann schneiden sie das Seil durch und er fängt an zu schweben und nur noch die letzten 500 Meter schneidet er sich von diesem Fallschirm ab, um nicht von diesen Holzbalken bei der Landung erspart zu werden ab 100 Kilo und landet sicher mit dem Zweitfallschirm auf den Boden und guckt als erstes nach oben, wer ankommt und sagt, Leonardo, ich danke dir für diesen geilen Ritt und später die Presse stürzt sich auf ihn drauf und sagt, wie hat das funktioniert und da sagt der Mann einfach nur, während ein normaler Fallschirm dich die ganze Zeit rechts und links zieht und du jeden Windstoß spürst, war das die Konstruktion von Da Vinci, die sie nachgebaut hatten, so etwas wie ein Heißluftballon, das fühlte sich viel gleichmäßiger und harmonischer an und die Presse hat es zerschlagen, die ganzen Forscher unserer Zeit mit unserem Wissen haben gesagt, das Ding geht nicht und ein Mann beweist genau das Gegenteil, dass es funktioniert. Das ist Punkt Nummer 1, die unbändige Neugier, also nicht nur, okay, ist ganz spannend, sondern wirklich in der Tiefe durchdringen zu wollen und was Da Vinci natürlich ausgezeichnet hat, deswegen ist er die Nummer 1, sag nicht ich, sogar sagen, die führenden Nobelpreisträger und Gehirnforscher unserer Zeit und Menschen, also die wirklich was drauf haben, haben sich mal zusammen getroffen und so eine Liste erstellt, wir sind dann so die Top 10 aller Zeiten, die größten Genies und Da Vinci hat einfach herausgeragt, war Nummer 1, weil der Mann hat die verrücktesten Dinge gemacht, der hat nicht nur eine Disziplin gemacht, sondern ganz, ganz viele, hat Leichen im Winter in eine Höhle gezehrt und hat sie dann langsam angefangen dran zu schnippeln und zu gucken, wie der Mensch von innen aussah, die katholische Kirche mochte es überhaupt nicht, deswegen musste er es heimlich machen, einmal hat er sich überlegt, wie schaffte er es unter einem Vorwand diese Erlaubnis zu bekommen, um tatsächlich auch diesen Menschen aufschneiden zu können und dann ist er zu der Kirche gegangen und sagte, da gab es einen Mann, der war 100 Jahre alt, der Centenario oder Centorino, ich bin jetzt italienisch nicht so mächtig, hieß der, der 100-Jährige und er ist in einer Nacht von einer zur nächsten einfach sanft dahingeschieden und ist einfach verstorben und da Vinci war fasziniert, obwohl er nie krank war, woran dieser Mann gestorben ist und dann ist er zu der katholischen Kirche hin und sagte, ich würde gerne diesen Mann aufschneiden und dann sagten sie, nee, das kannst du nicht machen, Junge, das ist hier, Gotteslästerung geht gar nicht und dann sagte er, Moment, ich glaube, sie haben mich falsch verstanden, ich möchte herausfinden, wo der Sitz der menschlichen Seele ist und dann hat die Kirche gesagt, na, das ist natürlich eine feine Sache und haben ihm die Erlaubnis damals gegeben und er hat schon vor 500 Jahren herausgefunden, dass die beiden Todesursachen Nummer 1 und 2 in unserer häuslichen westlichen Welt, in der heutigen westlichen Welt, ob es USA oder Europa ist, Schlaganfall und Herzinfarkt, also Verkalkung der Gefäße als Ursache vom fettigen Essen und diesen ganzen Sachen. Also wirklich durch die Decke in die Tiefe und keine Grenzen, pure Neugierde und Punkt Nummer 2 ist die absolute Leidenschaft, also bereit sein, mehr zu tun, als die meisten Menschen da draußen tun, die einfach sagen, klingt ganz spannend, ich interessiere mich auch dafür, allerdings die Umsetzung, das ist das, was den meisten mangelt und alle Dinge auf diesem Planeten entstehen genau zweimal, einmal als Idee und einmal als Umsetzung und die meisten Menschen schaffen es nicht, diese Lücke zu schließen und deswegen kommst du mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen wundervollen Produkten und Dingen und ich und andere Experten, die dann Menschen unterstützen dürfen, diese Lücke wortwörtlich zu schließen, also Neugier plus Leidenschaft. Okay, sehr geil. Mega, also auch die Story mit dem Fallschirm, also die hat mich besonders ausgetoucht, weil ich bin ja ehemaliger Fallschirmspringer und ich stelle mir es gerade richtig, richtig geil vor, wie das sein muss, wenn du mit dem Helikopter hochgezogen wirst, das Seilgurte geschnitten wird und du dann wirklich merkst, ey, scheiße, die Scheiße fliegt ja wirklich, die fliegt wirklich, also das muss ja wirklich ein unbeschreibliches Gefühl sein, also mega, echt geil. Also okay, das heißt, das liegt gar nicht daran, also um bei diesen Persönlichkeiten zu bleiben, das ist jetzt nicht, weil die nur überdurchschnittlichen IQ hatten, vielleicht einfach nur schlauer waren wir, sondern das ist praktisch nur der Teil, warum sie dann auch nur so geniale Erfindungen gemacht haben, aber die Sache, dass sie überhaupt auf die Ideen gekommen sind, das zu machen, so nachzugucken, wo ist die Seele im menschlichen Körper und sowas. Allein durch diese Ideen sind, die sind praktisch nur durch deren Neugier und durch diese Leidenschaft gekommen, also für bestimmte Dinge. Kann man das zusammenfassen? Du sagst es, also IQ ist wichtig, wenn jemand ganz doof ist, allerdings dieses über inklusive Denken, also typisches Beispiel, wenn jetzt, machen wir mal, wenn so ein kleines Experiment ist vielleicht ganz spannend, und wenn ich dich jetzt nach einer Farbe frage, welche kommt dir als erstes in den Sinn? Rot. Okay, Rot. Wenn ich dich nach einem Musikinstrument frage, welches hast du da? Keyboard. Okay, Keyboard. Und ein Werkzeug aus der Garage, also ein Werkzeug, ein Instrument, welches kommt zuerst? Werkzeug, Wagenheber. Okay, cool. Und du bist jetzt schon außergewöhnlicher als die meisten Antworten, weil die meisten Antworten, und das mag der Zuhörer da draußen sich ebenfalls fragen, woran er gedacht hat, die meisten sagen, Rot, Geige und der Hammer. Und da sind 90% aller Fragenden, die die Frage beantworten mit diesen Standardantworten. Hammer, Geige, Rot oder Blau, Gitarre und ich glaube Schraubenziel. Das ist die zweite Möglichkeit. Und das bedeutet, über inklusives Denken, du kannst erst Dinge miteinander verzahnen, auf die vorher noch nie drauf jemand gekommen ist, indem du dir vorher ganz, ganz viel reinziehst, indem du durch die Welt reist, indem du dir Dinge anschaust, die du vorher noch nicht im Bewusstsein hattest. Und durch diese Neukombination, ich nenne das Cocktail-Prinzip, wer ganz viele Cocktails schon getrunken hat und sagt, hey, der ist lecker, der ist lecker, dann hat er auch ganz viele Ressourcen zur Verfügung, mit denen er arbeiten kann. Und dann sagt er, was passiert, wenn ich bei dem ein bisschen davon weglasse und ein bisschen das hinzufüge und schon ist ein neues Cocktail kreiert. Und so ähnlich funktioniert es auch im Leben. Das heißt, du musst neue Dinge miteinander verzahnen, kombinieren. Und das ist das, was die Großen gemacht haben. Die haben ja verbunden. Ein Goethe war ja nicht nur einer, der Bücher geschrieben hat, sondern der hat sich für Natur interessiert, hat Pflanzen studiert, hat sich für Farblehre interessiert, also sich breites Wissen angeeignet. Und Alexander von Humboldt sagte ja, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Ja, genau. Und durch dieses Lernen von verschiedenen Kulturen, durch dieses Zusammenführende, entstehen neue Dinge, ja. Ja. Ja, das ist so richtig, ja. Gerade das mit der Weltanschauung, das erleben wir halt auch tagtäglich. Was wir, allein was wir schon auf Vorurteile stoßen, gerade auch, wo wir beispielsweise nach Mexiko wollten, dass wir im Wohnmobil runtergefahren sind. Bist du wahnsinnig? Da gibt es doch nur Drogenkarteile und die schlachten dich auf offener Straße ab und ziehen dich hinterm Auto her und whatever. Also kriegst du wildesten Horror-Stories von den Leuten, die da wirklich Panik machen. Ich meine, ja, natürlich gibt es dort Drogenkartelle, natürlich gibt es dort auch Gewalt. Will ich gar nicht verschönern um Himmels Willen. Aber es gibt auch in L.A. oder in Las Vegas oder in New York oder gibt es definitiv oder auch in Deutschland, in irgendwelchen Städten gibt es definitiv auch Ortsteile, wo ich nachts alleine nicht alleine durchgehen wollen würde. Also von daher, das ist immer so eine Sache, was siehst du, was glaubst du, und vor allen Dingen, von wem hörst du das? Weil die Warnungen haben wir in der Regel in der Warnung immer von denen bekommen und damit hat Humboldt wieder recht mit diesem Zitat, die selber noch nie in Mexiko waren. Am Anfang, so die ersten Male, wo wir das gehört haben, haben wir gedacht, oh, okay, echt? Okay, werden wir schon wieder gewarnt, so ein bisschen nervös geworden. Dann haben wir gedacht, mal googeln wir mal, nicht, dass wirklich was dran ist und haben dann gemerkt, alles Bullshit, gesunden Menschenverstand einsetzen, alles ist gut, und was sich auch gezeigt hat, wo wir dann fast ein Jahr insgesamt in Mexiko waren, aber die Menschen, die uns gewarnt haben, waren die, die ihre Infos aus den Nachrichten haben, die ja, man könnte jetzt sagen, manipulativ teilweise sind, aber so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen, sagen wir mal, die vielleicht etwas einseitig sind. und es waren oft Storys, wenn man die gefragt hat, woher weißt du das denn? Wart ihr schon mal da oder so? Und dann haben wir gehört, nee, wir nicht, aber von einer Bekannten, der Freund, dessen Tante, der Onkel, bla bla bla, über 27 Ecken, also mit anderen Worten Bullshit, also irgendwelchen Urban Legends, die die irgendwo aufgeschnappt haben und die sie erzählen wollen. Und die, die dort waren, die haben alle gesagt, Tom, geil, fahr runter, nutz deinen gesunden Menschenverstand, halt dich aus Drogen und Prostitutionsgeschäften raus, also aus diesen typischen Gettos und sowas. Und wenn du da nicht involviert bist in solche Geschäfte, dann hast du da gar nichts zu suchen, zu befürchten, weil Touris lassen die völlig in Frieden und das war dann auch so, wir haben mit die schönste Zeit in Mexiko verbracht und zum Beispiel auch in einer Stadt, die tatsächlich die höchste Mordraten in Mexiko hat, wo wir eine Zeit lang waren, auch, ja, also die Mordrate, oder diese hohe Mordrate kam eigentlich nur dazu, weil die vor zwei Jahren den Hauptdrogenboss da hops genommen und der ging einfach machtkämpflos unter den rivalisierenden Gangs und die haben sich dann eigentlich nur gegenseitig erschossen, also es war ein reiner Machtkampf, oder Machtkrieg, die die aber mehr oder weniger im Stillen ausgeführt haben, also irgendwo außerhalb der Stadt oder in den Häusern wurden dann halt mal wieder 10, 20 Leute erschossen, was, um Gottes Willen, natürlich will es nicht verharmlosen, also natürlich ist das grauenhaft, aber du hast als Tourist und sogar als, auch als normaler Einwohner dort überhaupt keine Probleme mit den Leuten, weil du mit denen eigentlich nicht in Kontakt kommst, kommst, solange du dich eben aus diesen Geschäften raushältst und dann nicht irgendwie mitfussst oder so. Wow. Wow. Ja, genau. Krass. Also Humboldt hat hundertprozentig recht, kann ich so unterschreiben, stich zu. Wow. Ja. Und auch diese Dinge bewusst sich zu erleben, das ist, ich nenne das manchmal Schuleprinzip, das ist wie, wenn in der Schule irgendwelche schwere oder Prüfungen oder in der Uni anstehen oder angestanden sind, wer redet denn immer, oh mein Gott, das ist so schwer und so weiter. Meistens die, die es selbst nicht geschafft haben, die, die Erfolg hatten, die ziehen einfach weiter ohne groß zu reden. Ja, das stimmt, das ist absolut richtig. Wenn wir auch so über das Thema, über das Erfolg reden, Erfolg wird ja sehr oft auch mit Finanzen in Verbindung gebracht. Wenn jemand erfolgreich ist, dann wird der auch sofort impliziert, der hat auch Geld. Wie wichtig ist Geld für dich, Maxi? Macht Geld dich glücklich? Also vielleicht, um die Frage zu beantworten, ich hatte eine Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr im Ausland und dort war, also wenn ich Armut sage, dann ist es wirklich nicht übertrieben, weil das ist das, was wir auch im Vorgespräch vor dem Interview hatten, du sagst auch, in den USA, wenn du da keinen Job hast oder ähnliches, da gibt es nicht so ein System wie Hartz IV in Deutschland, was dich einfach ernährt und sich kümmert, zumindest nicht in der Intensität und so ähnlich ging es auch bei mir im Ausland bis zum zwölften Lebensjahr und ich habe auch Dinge erlebt, wo ich da auch tagelang wie gehungert haben und bei Nachbarn ein bisschen schwarzes Brot mit Knoblauch draufgerieben haben mit meiner Mom und deswegen, ich hatte noch nie Verbindung mit Geld, entsprechend auch Glaubenssätze, Thema Geld, okay, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und irgendwann kam ich dann nach dem Studium in die Festanstellung, habe dann festgestellt, hey, mein Gott, das hat ja nichts mit dir zu tun, Fremdbestimmung ohne Ende, der Körper hat entsprechend reagiert, zieht sich zusammen, Stress, Krämpfe, also dieses Burnout, Depression, was heute so stark ans Tageslicht kommt, ich glaube, das liegt daran, wenn Menschen nicht wirklich sich selbst ausleben dürfen, dann gibt es diese Dinge und durch diese Glaubenssätze aus der Kindheit, Sicherheit festhalten, hätte ich wahrscheinlich nie den Mut gehabt, zu kündigen und als ich dann selbstständig angefangen hatte und merkte, hey, das funktioniert ja und zu Beginn sind immer Überlebensexistenzängste und zu Beginn war es reine Sicherheit und ab einem bestimmten Betrag, wenn du den zusammen hast, ist es nur noch ein schönes Gefühl, dich selbst verwirklichen zu können, wann zu arbeiten, wann du möchtest, du kennst das ja selbst, manchmal weißt du nicht mal, was für ein Wochentag ist, weil du arbeitest, wenn du Lust drauf hast und wenn alle Mittwoch dann sagen, so jetzt zur Arbeit, dann sagst du, heute fühle ich mich irgendwie, heute mein mal freien und dann machst du nichts und das ist ein wundervolles Gefühl als Unternehmer, dein eigenes Baby leisten zu können und je mehr Geld du dir angeeignet hast, dann fängt es an, irgendwann so eine Art Energie zu, ja, aufzubauen, dieser Geldmagnet und dann zieht da weiteres Geld umso leichter an, je mehr du schon drauf hast auf deinem Konto und heute sage ich, ist Geld für mich ausschließlich nur noch Freiheit, also wirklich selbst entscheiden zu können, mit wem, wann, wieso, warum ich mich treffe, unternehme und Dinge tue. Also es ist wichtig für dich, kann man so sagen? Um nicht wieder fremdbestimmt zu sein, also wirklich Herr des gesamten Lebens nie wieder jemand bestimmt und sagt mir, was ich zu tun habe. Okay, also da geht es jetzt nicht um die Nullen auf dem Konto, also um das Geld an sich, sondern es geht im Endeffekt um die Freiheit, also das Geld praktisch nur als Tool, sprich also um die Freiheit, die du damit erlauben kannst, oder? Hundertprozentiges, ja, du sagst das, danke, genau. Okay, glaubst du, dass Geld den Charakter wirklich grundlegend verändern kann? Oder ist das eher nur so ein Verstärker? Hängt vom Bewusstseinszustand ab wieder, also wahrscheinlich eher potenziert, das was du sagst. Wobei auch ein Mensch mit einem riesen Ego, der sagt immer nur, hatte ich auch schon Klienten, ich habe Vorstände im Coaching gehabt, die werden die Knete nicht mehr ausgeben können in diesem Leben, was die verdient haben. und dann merkst du, wenn du mit Menschen arbeitest und deren Bewusstsein veränderst, indem du dir richtige Fragen und richtige Werte klar machst, dem Menschen selbst, dass er begreift plötzlich, hey, wem jage ich da hinterher? Du bist jetzt ja in USA und Bob Marley ist ja auch da in Nordmittelamerika zu Hause gewesen, Jamaika, und der sagt ja auch, Geld ist nichts anderes als Zahlen und wer Geld braucht, um glücklich zu sein, der wird sein Leben lang unglücklich werden, weil das Geld ist so wie Zahlen unendlich und dann bist du ständig permanent auf der Suche und noch mehr und noch weiter und so weiter. Psychologen sprechen von Statusunsicherheit, weil wir immer das Gefühl haben, es ist nie gut genug, egal was du erreicht hast. Und deswegen eher Bewusstseinsding. Das ist, wenn ein Mensch begreift, nicht wie viel Geld, sondern Geld wozu, was sind meine Werte, eigene Freiheit sich zu ermöglichen, Menschen, die du liebst, was Wundervolles zu tun, wie auch immer, dann hast du einen, auch da habe ich zum Beispiel mit Brian Tracy an einem Tisch gesessen beim Essen, cool, dass du ihn auch kennst und dann sagte er auch, damals kam so eine Frage aus dem Publikum beim Essen, beim Lunch, Brian, was bedeutet Geld für dich? Und dann sagt er in diesem Deutsch, it's just a middle to the swag, middle to the swag und das war total cool und dann hat er es mit zwei, drei Beispielen verbildlicht. ja, es gibt dir etwas, allerdings die meisten sind sich nicht ganz so ihrer Werte bewusst und dann jagen sie natürlich dem Geld hinterher. Ja, ja, das ist richtig, ja, das ist sehr schön gesagt, ja. Und bei Brian, was ich da auch so faszinierend fand, war, wo wir bei ihm zu Hause waren, ich habe auch so gedacht, okay, ich meine, erst mal überhaupt zum Gottvater auf himself mal privat nach Hause zu fahren, allein, das war ja schon mega und ich war auch schon Tage vorher super nervös, habe mich riesig gefreut und habe mir natürlich ausgemalt, wie sieht das denn wohl aus dort, Haus und was stehen da wohl für Autos und wo ich ankam, ich möchte nicht sagen, war ich enttäuscht, um Gottes Willen, also das war ein wunderschönes Haus, was der hat, aber ich habe gedacht, wie man das teilweise aus Hollywood kennt, so eine Riesenvilla mit großer Auffahrt, wo du erst mal zehn Minuten lang fährst, bis du überhaupt erst mal das Haus siehst, so ungefähr und dann stehen da sämtliche Nobelautomarken nebeneinander aufgereiht, wie an der Perlenkette, das war so ein bisschen meine Vorstellung, überhaupt nicht, also ein auf jeden Fall, also sehr gehobenes Haus, ganz klar, das schon, also Top-Gegend, Willengegend, super Lage, wunderschönes Haus, aber halt einfach eine, in Anführungsstrichen, normale große Villa, also jetzt nicht, kein Schloss oder sowas, sondern eine normale, geile Villa und Autos, völlig normale Autos, also ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Sportwagen in der Garage gesehen, also jetzt nicht sowas typisches, so ein Lambo Ferrari oder sowas in der Richtung, da stand glaube ich gar nichts, zwar schon so schicke Autos, aber normale, die jetzt auch, ich sag mal, du und ich fahren würden, also, und das fand ich auch faszinierend, wo ich auch gemerkt habe, der Mann, der hat so viel Geld, aber der hat so viel Geld, der ist irgendwie so normal geblieben und das fand ich bei Brian und bei vielen anderen vermögende Menschen, wie bei anderen vielen vermögende Menschen ich kennenlernen durfte, völlig faszinierend und wir waren gestern bei Sappos, sagt dir das was? Ja, sagt mir gerade was, ja. Sappos ist ja quasi das Original von Zalando, also Zalando ist ja praktisch Nachbau von Sappos und Sappos, die sitzen ja hier in Las Vegas und bei denen waren wir jetzt gestern erst auf einer auf einer kleinen Tour, haben uns die Firmenkultur und sowas angeschaut und das Faszinierende, der CEO von einem Multimilliarden Unternehmen, weißt du, wie der lebt, wo der hier lebt, wenn der hier in Vegas ist? Nee, bei der Mutter? Nee, in einem Wohnwagen. Ach krass. Der hat einen alten Airstream auf einem Campingplatz stehen und der lebt in diesem Airstream, wenn der die Woche hier die Woche zum Arbeiten ist. Natürlich hat er noch ein Haus in Kalifornien und so, aber wenn der im Büro ist und arbeitet, was er fast täglich auch macht, dann lebt er hier in einem Wohnwagen und er sagt, er zahlt 950 Dollar Miete im Monat und er sagt, hey, warum soll ich hier tausende von Dollars Miete zahlen, weißt du, wie teuer Vegas ist? Ich meine, hey, das ist ein Multimilliardär, der könnte wahrscheinlich halt Vegas kaufen, so ungefähr, aber er lebt in einem Wohnwagen für 950 Dollar, fand ich mega Einstellung. Ja, krass. Krass, dieses, ja. Wenn wir über dein Unternehmertum jetzt noch ein bisschen reden, ich merke schon, also das ist echt krass, also ich habe, glaube ich, noch nie in einem Interview gehabt, wo ich so viel rede, du machst das ganz schön geschickt. Ja, du erzählst auch spannende Sachen, also das ist ja schön, wenn unsere Communities sich gegenseitig aufbinden. Aber hier geht es doch nicht um mich, hier geht es eigentlich um dich. Ach Quatsch, alles gut. Du hast viele tolle Dinge erlebt, das ist spannend, dass die Menschen das mitkriegen. Okay. Maxime, wenn wir so in deine Vergangenheit mal reinschauen, was war denn so dein schlimmster Moment, den du in deiner Selbstständigkeit erlebt hast und wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass er passieren konnte? Okay, dann, weil die Zeit drängt, mache ich es kurz auf den Punkt. Also ich hatte nach dem Studium direkt ein Jobangebot über Xing angeschrieben, da drei, vier Monate ausprobiert, bin gefeuert worden, hat nicht funktioniert. halt nochmal drei, vier Monate und dann musste mich das Unternehmen entlassen, weil sie kein Geld hatten, mich zu bezahlen, weil dein großer Auftrag weggebrochen ist und die sagten, Maxime, tut uns leid, wir sind fünf, sechs Mann Firma, du bist als Letzter gekommen, du musst bitte als Erster gehen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und dann warst du, stell dir mal vor, ein junger Mensch, studiert, fünf Jahre lang, Diplomkaufmann, war nie wirklich meins, aber hab's durchgezogen mit zwei, drei und auf einmal stehst du da, denkst, jetzt geht's los, jihar, High Performer, fünfsprachig und jetzt geht's ab und am Ende, ja, bist du zweimal innerhalb von kürzester Zeit entlassen worden und dann denkst du dir, das gibt's doch gar nicht. Und dann hab ich mir geschworen ab dem Tag an, ich werd nie wieder etwas tun, wovon ich nicht überzeugt bin, weil du kannst jederzeit für etwas gefeuert werden, was du nicht mal liebst. Und in dem Moment bin ich in die Selbstständigkeit ein bisschen gedrängt worden und hatte damals angefangen und weil ich noch kein Jahr lang gearbeitet hatte, musste ich Hartz IV damals bekommen, also das, wovon du sprichst, heute und aus meiner heutigen Sicht das Beste, was mir damals passieren konnte, weil ich hab damals Bücher gebraucht, gekauft, Fünferpack und wie blöd mich einfach nur weitergebildet, weitergebildet, weitergebildet und drei, vier, fünf, sechs Jahre später erntest du die Früchte. Was du reinlässt in deinen Kopf an Bildung, das gibt dir im Außen an neuen Werkzeugen und neuen Möglichkeiten, was du zusätzlich bekommst. Also durch Bildung und Hartz IV hat sich mein Leben verändert. Okay, wow. Also erstmal vielen Dank auch für die Offenheit, also das auch so anzusprechen, was ich unheimlich wichtig finde, um einfach zu zeigen, dass erfolgreiche Menschen werden in der Regel nicht erfolgreich geboren, sondern die meisten und auch sehr viele Millionäre, Multimillionäre, die ich in Interviews hatte, die sind fast alle mindestens einmal im Leben waren die mal richtig unten, also so mehr oder weniger auf der Straße gesessen, Hartz IV oder teilweise obdachlos und haben es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen zu diesem wahnsinnigen Erfolg gebracht. Und das ist ein Antrieb, dieses nie wieder diesen Mist zu haben, abhängig zu sein, also Geld zu verdienen, einfach nur, um diese Freiheit garantiert zu erhalten. Das ist der innere Antrieb. Ja. War das für dich dieser Moment, wo du dann praktisch gefeuert wurdest, raus bist, Hartz IV und dann so dieser Weg in die Selbstständigkeit, hattest du da Zweifel an dir gehabt oder war das klar, dass du das schaffst? Oder kam da auch so mal so dieser kleine Mindfrick, der da gesagt hat, ah Maxim, du kannst eh nichts, du wirst eh wieder scheitern, du wurdest ja schon gefeuert. Kam da sowas? Ich glaube, Failure is not an option, war so ein bisschen bei mir die Herangehensweise. Also da ich schon Hartz IV bekommen hatte, ging es aus meiner Sicht nicht mehr viel tiefer. Ja, klar. Unter der Brücke, das wäre wahrscheinlich die nächste Stufe, aber die kamen jetzt doch nicht in Frage. Und dann, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und das heißt, ich bin dann aufgestanden um fünf Uhr morgens, bin joggen gegangen und um sechs Uhr saß ich am Schreibtisch und habe bis zwei Uhr nachts dann Dinge konzipiert zusammengetragen und mir damals Projektwochen oder Limits gesetzt. Für manche Unternehmer da draußen setzte immer wieder Projektwochen und da sagst du heute Dienstag bis Freitag 23.59 Uhr oder meinetwegen bis Sonntag ist das Projekt abgeschlossen. Also zieh es wirklich durch etappenweise. Dann habe ich es damals und ich hatte Hartz IV bekommen und habe mir damals, ich weiß wie viel Geld das noch für mich war, weil mein Brand ist, ich drehe immer mit Schlips und bunten Schlips und Anzug, also eher klassisch auf. Und dann habe ich mir damals einen Schlips gekauft mal für 20, 30 Euro bei Amazon, für den ich damals mal ein, zwei Monate überlegt habe, ist der jetzt nicht zu teuer, weil du kriegst nur 300 Euro zum Leben. Und der Sparte hatte ich ja nichts. Und ich habe aber damals schon diese Dinge gekauft, weil ich wusste, das wird mein Weg sein. Also ich habe ihn vorher schon gelebt, in Gedanken, in Handlungen, bevor ich da vor 600, 700 Menschen auf der Bühne dann stehe wie heute. Cool. Okay, geil. Wenn du, du hast vorhin gesagt, dass du dir geschoren hast, dass du nie mehr was machst, wovon du nicht überzeugt bist. Dass du wirklich nur deinem Feeling nachgehst. Woher wusstest du denn, was deine Leidenschaft ist? Wie kam die zu dir? Wie hast du dir gefunden? Ich wusste, glaube ich, damals viel, viel mehr, was ich nicht bin. Und das ist auch ein schönes Ausschlussverfahren. In dem Augenblick, wenn du, also für manche da draußen, die ein Team haben oder Menschen in dem Umfeld, frag dir nicht, was begeistert dich oder was motiviert dich, sondern frag die Gegenfrage, was demotiviert dich aktuell am allermeisten. Und in dem Augenblick genau zuhören. Wenn du weißt, was du nicht möchtest, dann hast du Ausschlussverfahren, was du unter keinen Umständen im Leben haben möchtest. Und deswegen auch an Jungunternehmer oder Ähnliches nicht lange grübeln, zögern, sondern wortwörtlich ausprobieren, auf die Fresse fliegen, daraus schnell lernen und neue Dinge ausprobieren. Mein Mindset damals war meine Einstellung, ich bin gescheitert, ich bin nicht gut genug, bin zweimal gefeuert worden. Heute würde ich sagen, nein, probiere viele Dinge aus und scheitere schnell und ich habe viele Dinge probiert. Bis irgendwann dann dieser eine Tag kam, wo ich mein erstes öffentliches Seminar vor 42 Leuten gegeben habe, wusste überhaupt nicht, kommt da einer und da kamen 42 und ich war gebaff, weil ich mit Social Media, der gerade mal sechs, sieben Monate unterwegs war mit Facebook und seit dem Tag wusste ich, mir kann nichts mehr passieren, ich habe gefunden, warum ich hier bin und da war ich schon, keine Ahnung, Ende 20. Geil. Okay, cool. Das ist immer eine geile Story. Das hatte glaube ich Brian gesagt, wenn du noch nicht so erfolgreich bist, wie du gerne sein willst, dann bist du noch nicht oft genug gescheitert oder hast noch nicht genuge Fehler gemacht oder sowas und das bestätigst du ja jetzt auch noch mal. Cool. Stimmt, genau, ja. Sehr geil. Maxim, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz nach Möglichkeit unter 10 Sekunden zu antworten. Bist du bereit? Deal, los geht's. Okay, los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Ängste aus der Kindheit, Unsicherheit. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Du kannst alles lernen, Brian Tracy. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Vernetztes Denken. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Vernetztes Denken. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Vertrauen ans Universum, Vertrauen in sich selbst und einfach den ersten Schritt getan zu haben, um hinterher festzustellen, hey, der war gar nicht so groß. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Facebook, weil ich dort mittlerweile 300.000 Abonnenten habe. Wow, okay. Wenn du uns nur ein Buch empfehlen würdest, welches wäre das? Worum geht es darin? Was ist das Besondere an diesem Buch? Oh Gott, ich habe um die 3000 gelesen. Jetzt wird es sich hart. Pass auf, weil viele Unternehmer sind und so weiter. Vielleicht gar nicht so spektakulär, allerdings was für mich damals unglaublich viel ausgelöst hat, der Alchemist Paolo Coelho, ein junger Mensch, der einfach sich auf die Reise des Lebens begibt, weil er einen Traum hat und also wortwörtlich er hat einen Traum nachts und dann dieser Traum erscheint im Surreal und dann probiert er es aus und am Ende macht er die außergewöhnlichste Reise seines Lebens, um am Ende den Schatz zu finden, der die ganze Zeit vor seinen Füßen war. Okay, geile Story. Podcast Nation, der Hinweis für dich. Das Buch verlinkt mir natürlich in den Shownotes und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalk.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probe-Abo runterladen. tomstalk.com slash audiobooks. Ah, wie cool. Maxim, die letzte... Jetzt, wo du Geschenke verteilst, kann ich auch ein Geschenk verteilen? Oder machen wir... Okay, immer an Schluss. Das machen wir zum Schluss. Dann gibt es... Ja, klar. Ich soll noch neugierig bleiben, aber... Okay, okay. Genau. Jetzt wissen wir, okay, es gibt noch ein Geschenk. Also stay tuned. Okay, cool. Genau, vorher meine letzte Frage, die sicherlich auch die Bescheuertste irgendwo ist. Stell dir mal vor, du wachst morgen in einer neuen Welt auf, die ist völlig identisch mit der Erde, aber du kennst niemanden dort persönlich. Du hast kein Netzwerk, du hast aber nach wie vor all deine Erfahrung und dein Wissen, was du hier und heute auch hast, für Unterkunft und Essen ist für sieben Tage gesorgt und du bekommst einen Laptop und 500 Euro zur Verfügung. Wie würdest du innerhalb der nächsten sieben Tage ein Business aufbauen und was wäre das für eins? All das, wieder 10 Sekunden Frage? Nee, da kannst du ruhig hören. Da kann ich 20 Sekunden reden. Okay, cool. Du kannst 20 Sekunden nehmen. Also dadurch, dass die Bildung mein gesamtes Leben verändert hat und vielleicht ein konkretes Beispiel in dem Augenblick, wenn jemand nur, machen wir es ein leichtes Beispiel, wenn einer nur ein Gericht kochen kann und das ist Spaghetti Bolognese und in dem Augenblick, wenn er jetzt irgendwie ein Kochbuch aufmacht oder einem anderen Koch zuschaut und er macht gerade irgendwie, keine Ahnung, Pizza Tonno und dann guckt er genau, wie macht er das, welche Zutaten und so weiter, dann kann er es genauso nachbauen und das heißt, mit jedem Buch, mit jedem neue zusätzliche Information, die sinnvoll ist für dich, für dein Leben, eröffnet dir sofort neue Optionen, neue Möglichkeiten und das bedeutet, ich würde sofort das, was ich mir in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Wissen aufgebaut habe und das ist einiges, würde ich sofort in Form von Dienstleistung anbieten und sagen, hey, hier ein digitales Produkt wahrscheinlich zum Thema Körpersprache, ein digitales Produkt, wie schaffst du es gelassener zu leben, ein digitales Produkt zum Thema Business und Marketing, eins zum Thema Lernen und wie schaffst du es, ein Buch in 90 Minuten zu lesen. Okay, cool, also alles, bei allen Themen habe ich genickt, ich weiß, das konntest du nicht sehen, aber überall habe ich gerade genickt und habe gedacht, jawohl, geiles Thema. Was ich natürlich interessant finde, ist jetzt, du hast diese Antwort gar nicht von physischen Dingen gesprochen oder von wegen, ich gebe ein Seminar irgendwo oder sowas, hast du das bewusst nicht gemacht oder du warst sehr unbewusst? Doch, doch, bewusst, weil du sagtest, ein neuer Planet, sieben Tage Essen ist gesorgt und mich kennt kein Schwein und weil ich weiß, auf einem neuen Planeten dauert es, bis du Reputationen aufbaust, ist es wahrscheinlich einfacher, einen Klick zu machen, als jemand physisch in ein Seminar zu bringen, was zwei Tage dauert und kein Vertrauen besteht. Definitiv, ganz klar. Okay, geil. Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt nochmal nachgeworfen hast. Genial. Maxim, also ich hoffe natürlich, dass du natürlich bei uns auf der Erde hier halten bleibst und nicht weggeschossen wirst. Es war echt, also ein sehr geiles Interview, es hat mir echt riesen Spaß gemacht. Deine Story, super cool, sehr inspirierend, gerade so dieses von ganz unten nach richtig weit oben und ja, einfach durch die Bank wäre klasse. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf den Weg und dann sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können und natürlich, was hast du für ein Geschenk für uns? Ah, okay. Erreichtbar Facebook, YouTube, Maxim Mankiewicz, das ist der schnellste Weg, M-A-N-K-E-V-I-C-H ist der Nachname, Maxim, klassisch wie die Zeitschrift. Und die zweite Frage war? Letzten Tipp, den du unserer Podcast Nation auf den Weg geben magst. Okay, okay. Dann machen wir ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Okay, perfekt. Der Tipp ist, ich sage immer, nimm eine gute Idee, investiere ganz viel Arbeit und erlebe Wunder. Und ich war auch in Mexiko dieses Jahr, so wie du, im Januar war das und ich lief dort die Stufen hoch vom Hotel und es war abends schon spät dunkel, ich war ganz allein und lief einfach ins Hotel nach diesem Fressbuffet-Menü, was du abends da dich vollstopfst, da zwei Kilo, mit verschiedensten leckeren Sachen und dann kam mir plötzlich so ein Impuls durch den Kopf geschossen, was Erfolg ist. Und Erfolg aus meiner heutigen Sicht sind nur zwei Dinge, RD plus Z, richtige Dinge plus Zeit. Das heißt, tue jeden Tag etwas konstant und mit der Zeit wirst du die Früchte einsammeln. Nur tue die Dinge und träum nicht nur davon. Und Geschenk ist maximankewitsch.com slash geschenk. Da verschenke ich meinen vierteiligen Videokurs, den hatte ich für 97 Euro verkauft gehabt. Mittlerweile denke ich mir, gib so viel raus, wie es nur geht und das Universum wird sich kümmern. Und da geht es genau um die vier Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung und Thema, also Thema Beziehungen, Thema charismatische Menschen und deine innere Einstellung. Also die vier Lebensbereiche sind vier kurze Videos. Im Anschluss gibt es auch nur ein Newsletter. Der kommt einmal die Woche mit drei Erfolgstipps und that's it. Also da gibt es auch bis jetzt kein, ich biete da nicht mal etwas an. Also es ist tatsächlich so. Also ein reiner freier Newsletter. Genau. Ich liebe es, Content zu produzieren. Okay, cool. Ja, geil. Also Geschenke finde ich natürlich immer cool. Gerade dann, wenn natürlich für meine Hörer auch noch sind. Von daher also vielen Dank für die ganzen Sachen natürlich. Klar. Podcast Nation, wenn du nicht alles mitschreiben konntest, du weißt natürlich ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalk.com finden kannst, gib einfach die Nummer 483 in das, oder den Namen Maxim Mankiewicz in der Suchwelt ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview oder noch leichter, wenn du die Infos direkt auf dein Handy haben willst, dann schicke uns einfach eine SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz mit dem Wort Tom, der Nummer 483 und deiner E-Mail-Adresse an die 7, dreimal die 1 und die 7. Also einfach SMS mit dem Wort Tom, Nummer 483, deine E-Mail-Adresse an die 7, dreimal die 1 und die 7 und du bekommst sofort die Infos zu dem Interview und alle Links, über die wir gesprochen haben, umgehend auf dein Handy und per E-Mail zugeschickt. Wow. Maxim, bei dir sage ich vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal im echten Leben über den Weg laufen und uns mal sehen. Wenn du noch mal in den USA oder in Mexiko bist, lass es mich wissen. Dann, ja, trinken wir mal zusammen. Das klingt gut und vielen, vielen Dank, lieber Tom. Außergewöhnlich gute Fragen. Du gehst außergewöhnlich gut auf dein Gegenüber, auf den Gesprächspartner ein. Wahrscheinlich hat es auch deswegen so funktioniert mit dem Gespräch, weil du unglaublich empathisch, also du stellst so kluge Fragen, du fühlst dich hinein, also außergewöhnlich und ich habe schon wahrscheinlich 20, 30 Podcasts gemacht. Danke dir. Wow, okay, das nehme ich sehr gerne an, das Lob. Vielen Dank dafür, Maxim. Cool, dankeschön. Also, mach's gut, dir eine schöne Zeit und ich habe gesagt, wir sehen uns mit Sicherheit, weil da bin ich mir ziemlich sicher. danke dir. Also, bis dann. Mach's gut, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in sechs Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.